hey leute was geht ab hallo und herzlich willkommen zu petrovic let's play und heute spielen weiter fuck drive 4 wir sind gerade hier stehen geblieben also hier in diesem dorf ein bisschen blumen sammeln so und wir wollten waren zum diese nogi fahren fliegen nora fliegen wir mal hin gucken wir mal was die so uns zu erzählen hat so 203 2300 meter dann schon weit kein problem wir haben unsere hubschrauber so ein selbstgebarsteter hubschrauber schon geile sache ich fliege ganz gern mit ihm das spart sehr viel zeit und außerdem kann ich nicht so gut mit dieser autos umgehen mit ihm dieses spiel das habe ich immer hin und her so 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 bisschen umgebung genießen diese aussicht die bergen schon geiles gefühl so zu fliegen so ich meine möchte leben bestimmt ist geil wow wird langsam dunkel man kann nicht viel sehen wir brauchen nicht mehr so weit nur noch ein bisschen, ganz wenig und dann können wir mal gucken was für Missionen hat die für uns so das muss gleich hier in den Bergen irgendwo sein ich geh ein bisschen hoch, ja das finde ich direkt ok ich muss landen, ich habe schon gesehen wo ich wo diese Mission ist hallo ja ok alles klar ich kann nicht hier einfach so landen ich muss mir einen Platz suchen wo ich landen kann man kann nicht überall landen ok alles klar komm schon hier kann ich landen jawohl perfekt nein 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 das war nicht gut so perfekt gelandet noch bisschen noch bisschen erwischt von der Hubschrauber den Rest muss mir leider zu Fuß laufen ich hoffe doch keine noch einen Ringkampf ich hoffe keinen neuen Kampf ich mache lieber eine Mission als diese mitkämpfen Wow, die foltern dann jemanden. Was passiert? Das ist nicht okay. Er hat meine Familie. Das ist nicht okay. Du musst sie bitte retten. Paul veranstaltet eine Abschiedsparty auf seinem Gelände. Dort ist er angreifbar. Er besorgt sich gern frisches Fleisch aus einem nahen Dorf. So kommst du rein. Sobald du drinnen bist, musst du dich in das Verhörzimmer schleichen. Dort fühlt er sich sicher. Okay. Stadt der Schmerzen. Alles klar. Wow, ganz schön weil der Stadt der Schmerzen ist. Ja, ich hab dich auch in der Arena gesehen. So, wo ist... Wo ist der Weg zu meinem Helikopter? Hoffentlich der steht da. Weil mit dem Helikopter ist es einfacher zu fliegen. Obwohl kann man nicht überall landen, aber trotzdem ist es einfacher. Es geht schneller. Zack. Komm, klick hoch. Jawohl. So, ich zeig mal kurz, wo ist dieser Punkt. Ah, okay. Alles klar. Da muss man ja hin. Da muss man ja hin. So, schnell, schnell. Ruki zuki. So, schnell, schnell. Ruki zuki. So, ich muss ein bisschen höher gehen. So, ich muss ein bisschen höher gehen. So, wenn ich nicht überall landen kann mit dem Helikopter. Da brennt wieder was. Und du kannst dich direkt auf dem Dach landen. Zack. in der Kelle. Und dann Überraschung. Und dann direkt Mission anfangen. Tadadadada. Schießen, ey. Das wäre geil. So. Ui, 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 ui. Mit der Vio. Komm, fliegen, fliegen. Schneller. So, ich glaube, diesen Turm haben wir schon erobert. Zack. Noch ein bisschen, dann haben wir es geschafft. So, noch 400 Meter. So, ich steige ein bisschen ab. Okay, da ist dein Haus. AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht nur. Aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh. Okay. Siehst du, du musst dich reinschleichen. Das ist wichtig. Paul ist eine Ratte. Und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf kein Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht AJ. Er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleicht dich mit ihnen rein. So, okay, wir müssen reinschleichen. Okay, dann gucke ich erstmal, was hier so ist. Momentan ist keine Hilfe verfügbar. Okay, momentan keine Hilfe verfügbar. Ja, ich brauche keine Hilfe momentan. So. Ich nehme einen Brocken. Falls irgendwelche Gegner mich sehen. Wow, wow. Ja. Der hat mich gesehen. So viel dazu zum reinschleichen. AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht nur. Aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh. Okay. Siehst du, du musst dich reinschleichen. Das ist wichtig. Paul ist eine Ratte. Und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht AJ. Er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleicht dich mit ihnen rein. Ja. Ja. Das Geräusch macht nicht wahnsinnig. Ja. Ja. Alles klar. Alles klar, lezen. Bisschen gucken. Ja, das war ein aus Versehen gedrückter Knopf. Zum Glück bin ich im Sitzen, ist besser zu schleichen. Befreie Sklaven, drei Stück muss ich befreien. Alles klar. Kann ich klettern? Ich versuche mal leise zu machen, so ein bisschen konzentrieren. Okay, da steht einer. Zack. Ich muss die Läsche verstecken. So liebe Freunde, ich mache mal jetzt hier kurze Pause. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Abonnieren und liken nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und bis.